Hallo alle zusammen, heute machen wir ein Gezränk welches zum Abnehmen hilft. Dafür verwende ich Zitrone, eine Gurke und eine Ananas. Diese Zutaten sind sehr entwässernd, daher werden sie garantiert abnehmen. Die Gurke haben wir schon vorher gewaschen. Und dann schneiden wir erstmal den Rand ab und beseitigen es. Und den Rest schneiden wir in Scheiben. Jetzt schneiden wir die Ananas. In der Mitte ist ein harter Stiel, den werde ich entfernen. Die Zitronen sind sehr gut. Die Zitrone ist sehr gut. Und dann schneiden wir die Zitrone. Und dann schneiden wir die Zitrone. Die Zitrone entsaften wir. Die Zitrone geben wir jetzt in den Mixer rein. 200ml Wasser hinzufügen. Und das Ganze schön mischen. Trinke ein Glas vor dem Frühstück 20-30 Minuten vorher und beim Abendessen 20-30 Minuten vorher. Also jeweils zweimal am Tag. Natürlich zu beachten ist eine ausgewogene Ernährung. Weniger Fett, weniger Kohlenhydrate und das wird dann das Abnehmen beschleunigen. Natürlich auch viel Schlaf, viel Bewegung spielen da auch eine große Rolle. Viel Erfolg! Die Zitrone Die Zitrone Die Zitrone Die Zitrone Die Zitrone